Hallo und herzlich willkommen bei Reddog Gaming. Ich muss ein bisschen höher machen die Kamera, sonst breche ich mir meinen Hals. Ich habe mich heute extra hübsch gemacht, oder meine Frau hat mich hübsch gemacht für YouTube. Wir spielen in Deutschland gegen Indonesien. Und folgendes Spiel heute haben wir 4 gewinnt. Ok, Lohr hat als letztes gewonnen. Also werde ich heute anfangen, weil der Verlierer fängt ja immer an. Der hat einen kleinen Vorteil. Ach, das juckt hier, den Make-up. Muss ich gleich abwaschen. Wie haltet ihr Frauen das mit dem Make-up immer aus? Das kratzt doch. Bei dir nicht? Doch. Auch? Ach, ist das eklig. Na gut. Ich fange an. Der erste Chip ist... Hier, du bist... Siehst du alles? Ah, das ist ganz leicht. Ich glaube, ich gewinne. Mon, jetzt. Mon, jetzt. Mon, jetzt. Wie viel muss man... 4 in einer Reihe? Ja, ja, entschuldigung. Habe ich gerade erklärt. In einer Reihe? Diagonal? Dankeschön. 11. 22. 27 31 22 Schau, 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 schau. Das will ich nicht. Ja, ich gewinne. Danke, ich hab gewonnen. Da, 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 da. Das war ein Spiel für Deutschland. Bist du. Ich hab abgeschlossen. Weil er den Turnbutton fehlen würde, wie wir es dann auch sehen. Oh, da hättest du gewonnen, siehst du. Wer mit Touren spielt. Aber er spielt ohne Touren. Gut, das war ein Sieg für Deutschland. Ganz klar, ganz schwer. Ganz schwer. Da. Einmal ein. Ja. Fertig. 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 Ja. Ja. Also es ist jetzt 7 zu 6 für Deutschland. Und. Da haben wir schon wieder in Führung. Tada. Das war das Spiel. Vier gewinnt. Deutschland gegen Indonesien. Und. Deutschland hat gewonnen. Juhu. Okay. See you later, Regator. Bis zum nächsten Mal. Was willst du was sagen? Ich hab wieder verloren. Wieder. Lässt man sie gewonnen. Okay. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüssiu. Tschüssi. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020